Jedes Jahr steht man vor der gleichen Frage. Wie kann ich aus dem Dschungel von dutzenden Autoversicherungsanbietern und den gefühlt mehr als tausend verschiedenen Kombinationen die optimale Kfz-Versicherung für mich finden, ohne dabei zu viel zu bezahlen oder auch über den Tisch gezogen zu werden? Die Lösung ist einfach. Ein Vergleichsrechner, der dich an die Hand nimmt und dir mittels Fragen einen für dich optimalen Vertrag mit den günstigsten Kombinationen aus den zig Möglichkeiten, die es gibt, findet. Überzeuge dich selbst und lasse deine Ersparnis für das kommende Jahr schnell und kostenlos auf der Seite günstigerautoversicherung.info ausrechnen oder klicke auf den Link in der Beschreibung unterhalb dieses Videos. Übrigens günstig schreibt man mit UE. Jedes Jahr steht man vor der gleichen Frage. Wie kann ich aus dem Dschungel von dutzenden Autoversicherungsanbietern und den gefühlt mehr als tausend verschiedenen Kombinationen die optimale Kfz-Versicherung für mich finden, ohne dabei zu viel zu bezahlen oder auch über den Tisch gezogen zu werden? Die Lösung ist einfach. Ein Vergleichsrechner, der dich an die Hand nimmt und dir mittels Fragen einen für dich optimalen Vertrag mit den günstigsten Kombinationen aus den zig Möglichkeiten, die es gibt, findet. Überzeuge dich selbst und lasse deine Ersparnis für das kommende Jahr schnell und kostenlos auf der Seite günstigerautoversicherung.info ausrechnen oder klicke auf den Link in der Beschreibung unterhalb dieses Videos. Übrigens günstig schreibt man mit UE.